Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ach, wir haben nochmal, ah, ist ja cool Okay Okay Check ich jetzt gar nicht Oh, ich fühle mich so beobachtet heute, ich weiß auch nicht Hallo, Bett Wenn eine Matratze drin wäre, wäre es viel cooler, da könnte man wenigstens auf der Matratze rufen Den nehmen wir jetzt mit und dann wenn einer kommt, dann machen wir einen an den Kopf Nee, lieber nicht Haben wir noch irgendwas übersehen? Nee Hallo? Und dann haben wir noch einen Brief Ja, komm Na, komm na, äh, äh, äh Vredeborgann, 1839 I feel like I have fled the world and all its worries Brennenberg is a majestic creation perched upon a forest-clad Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man Hm, ja, ja. Steinchen! Ich bin magisch, ich kann Betten verschieben. Ja, ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen müssen. Oh, nein, Tür. Oh Gott, Tür. Tür, geht zu. Das fühlt sich so an, wieso? Oh Gott. Ach komm, das ist schon weg jetzt, oder? Oh Mann, mir juckt's heute so. Ha, gibt's nicht. Und ja, ich war wahrscheinlich für heute baden. Oh, war's schön. So schön warm und entspannt und nicht so anspannend wie jetzt. Die ganze Entspannung wird weg. Was ist denn da? Ich will da runter. Wo müssen wir hin? Ich weiß es nicht. Schau, da ist gleich Haus. Was ist das? Das ist Terneingang. Ah, vielleicht müssen wir dorthin. Hier ist ne Sonderbox. Das ist das hier. So. Ach, da ging's ja nicht hin. Die ist ja zu. Oh, wir sind schon mal richtig. Oh, wir sind schon mal richtig. Hm. Oh, das ist immer so hell. Hallo. Ich möchte da rein. Es geht nicht rein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Einfach verstecken. Einfach verstecken. Einfach verstecken. Einfach verstecken. Einfach verstecken. Oh, ich hab Angst. Einfach verstecken. So ist weg. Da ist es, um die Boxen nehmen. Ich hab's hier fast versteckt. Nope. Geht's jetzt auf? Okay. Gehen wir daheim? Was ist nur los mit denen? Kann man hier irgendwie was verschieben? Warum geht's Licht nicht mehr an? Oh, leer. Oh, oh Gott. Blaue Flecken, okay. Damit komm ich klar. Was ist das eigentlich? Geht's runter? Okay. Hallo. Ach, da sind wir hergekommen. Ach, das war gar nicht so weit weg. Interessant. Hallöchen. Küche. Was soll man hier fein ist? Eine Waffe. Damit kann ich dir die Kehle durchschneiden. So wie die ausschaut, dass die schon so verrotcht ist, das bringt ja mal gar nichts mehr. Brief. Gibt's nichts? Oh, öh. Yeah, cool. Was? Oh Gott. Oh Gott. Hallo Schweine. Hier miefst's. Das ist eklig. Aber der kommt ja hier nicht rein. Der ist ja irgendwo draußen. Was ist das Ding hier drin? Ich glaub... Hier fangst's. Das ist total eklig auch noch hier, so zwischen dem ganzen Fliegen. Ich glaub, es ist weg. Mal langsam nachgucken. Schweinchen! Geh was weg! Na, 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 na. Schön an der Wand entlang. Gott, jetzt wenn ich sie es nicht... Der hat die Tür kaputt gemacht. Aber ich glaub, das ist weg. Oh, ja. Wenn man hier fein ist. Probieren wir doch mal. Damit könnten wir rein theoretisch... Das korridierte... Das korridierte... Korridierte... Warte mal, wie heißt das? Korridierte... Nee, korridierte... Das fast kaputte Schloss. Vielleicht auflösen. Haben wir sonst vielleicht irgendwo was? Da haben wir jetzt gar nicht nachgeguckt. Guckt... Ah, siehste? Guckst du mal. Oh, die... Ratten sind auch ein bisschen penetrant, quietschend. Keine Kiste. Ist das vielleicht noch... Äh, auch nicht. Okay. Ich hab's denn weggeguckt so hoch kommen. Sehen. Oh Gott, ich hab's da mit der Hintern dazu. Das ist nicht ganz. Ach, hier. War das die Tür? Okay, probieren wir mal so. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Haha. Oh Gott. Du machst es kaputt. Oh Gott, nein, 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 nein. Ach, ich fühle mich so. Ich habe keine Trampe beobachtet, weil ich weiß auch. Ach. Ja, pssst. Was ist jemand hier? So kann es dieses Taunen, oder? Oh. 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 Okay. Okay. We were using it. Not today. The flow is seasonal. And when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of Hyundai. There is an active course, but we won't be bothering with it today. Okay, come, this way instead, we're almost there.